Leute, ich gucke gerade hier von der Sonne, so heißt es, und 2019, das ist eine Stunde und eins Minute Aufnahme und ich habe da bei dem Sonnenfilm was entdeckt, es fliegt weniger als eine Sekunde ein riesiges Raumschiff vorbei, in Untertassenform, von oben rechts quer durchs Bild, total schnell, ich will es euch mal zeigen. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, es flog total schnell durchs Bild, und ja, wie ich immer sage, wir sind nicht allein im Universum, es gibt Aliens und Raumschiffe und ich mache den Film auch später in Zeitlupe, dass ihr besser sehen könnt, wie das da vorbei huscht.